Hallo zusammen, in diesem Video geht es um das Moonriver Ökosystem, das sich ja noch richtig in den Kinderschuhen befindet, wo es ja kaum irgendwelche Projekte gibt. Das Ganze läuft erst seit sechs Wochen und was heißt das für uns? Klar, wir steigen früh ein, wir sind da, bevor der ganze Mainstream kommt und uns die ganzen schönen APY, die Erträge und die Preise kaputt macht. Und welches Potenzial Moonriver in meinen Augen hat, das möchte ich jetzt mal zeigen. Anhand von DeFiLama.com, DeFiLama.com ist so eine Infoseite, wo man nachgucken kann, wo jetzt die einzelnen Blockchains stehen, werden so ein bisschen verglichen hier. Es gibt hier auch eine Möglichkeit, einzelne Protokolle auf den Blockchains zu vergleichen, Dexes und so weiter. Und hier bei den Chains gibt es eben Total Value Locked All Chains, eine kleine Statistik, die anzeigt, wie viel Kapital in den einzelnen Blockchains gebunden ist. Und da ist natürlich der Ethereum, der Spitzenreiter mit 130 Milliarden Dollar, die in diesem Ökosystem an Kapital unterwegs sind. Also das heißt, wie viel Liquidität ist in den Exchanges drin, wie viel Liquidität ist in Landingplattformen drin und so weiter. Und hier in dieser Liste, da muss man schon ganz schön weit nach unten scrollen, um irgendwann mal an Moonriver zu kommen. Und zwar Moonriver befindet sich hier. Moonriver hat 220 Millionen Dollar an Kapital gebunden. Und zwar, und das ist natürlich jetzt ganz entscheidend, in den letzten sechs Wochen, seit das Netzwerk läuft. Und das ist schon echt ganz ordentlich. Wenn ich mir dann diese Moonriver mal einzeln anschaue, dann sehe ich hier, es gibt hier insgesamt wirklich sieben Projekte, die hier genannt werden. Es gibt sicherlich noch mehr, weil die Fileama auch nicht alle Projekte aufnimmt. Und an aller oberster Stelle steht AnySwap. AnySwap ist tatsächlich einfach nur eine Bridge, die also auf all diesen anderen Token-Netzwerken, auf den anderen Blockchains auch vorhanden ist. Es ist also kein Wunder, dass AnySwap ganz weit oben steht. Und hier, AnySwap hat auf Moonriver offenbar 112 Millionen Dollar gebunden. Wobei, schauen wir noch mal kurz nach, bezieht sich das jetzt tatsächlich auf alle Blockchains oder einzeln. Und es ist tatsächlich so, dass also allein in Moonriver 112 Millionen Dollar gebunden sind. Die anderen Blockchains sind also nicht mitgezählt. Und das ist schon ganz ordentlich. Man sieht es hier auch irgendwie an der Kurve. Also wenn man in US-Dollar rechnet, ganz lange Zeit eigentlich gar nichts los. Und dann auf einmal hier in den letzten Wochen, seit dem 11. September ungefähr, also 14. September, explodiert das wirklich förmlich. Hier gibt es nochmal einen kleinen Knick. Das liegt wahrscheinlich daran, dass hier die Kurse runtergegangen sind durch den China-Ban oder sowas, weiß das ich. Und dann geht es wieder richtig ab. Also 240 Millionen sind wir inzwischen. Das ist natürlich eine ganze Menge. Und zwar in recht kurzer Zeit. Erstaunlich, wenn man sich so ein bisschen auf YouTube umschaut und so. Es ist sehr, sehr wenig über Moonriver zu hören. Das ist gut. Da freue ich mich drüber. Zunächst natürlich soll das irgendwann mehr werden. Ich trage ja auch jetzt ein bisschen dazu bei, dass es mehr wird. Aber klar, für uns, wir brauchen ja noch ein bisschen Zeit, um hier rechtzeitig einzusteigen. Und um hier schön Coins zu akkumulieren. Also super. Je länger das ruhig bleibt, desto besser. Jetzt mal nochmal weiter zum Potenzial. Wenn man sich jetzt zum Beispiel auf CoinGecko das Ranking anschaut, dann ist Moonriver auf CoinGecko auf Rang 138. Das heißt also, es gibt 137 Projekte, die eine höhere Marktkapitalisierung haben als Moonriver. Und unter anderem eben an erster Stelle der Bitcoin, dann der Ether und so weiter. Und 137 Projekte haben eine höhere Marktkapitalisierung als Moonriver. Moonriver liegt zurzeit bei 600 Millionen ungefähr Marktkapitalisierung. Ich runde jetzt ganz grob, weil diese Zahlen sind einfach auch keine exakte Wissenschaft. Das ist jetzt echt nicht so zu verstehen, dass man hier irgendwie, dass das hier belastbar ist oder so. Hier wird einfach nur der Preis mal der Anzahl der im Umlauf befindlichen Tokens gerechnet, kommt dann eben das raus. Und da merkt man schon, also die Anzahl der Tokens, die im Umlauf sind. Das muss ja nicht präzise sein, sieht man ja auch an der Zahl. Also als wenn man genau berechnen könnte, dass es hier 1.868.967 Tokens sind auf den Punkt genau. Also unwahrscheinlich, dass diese Zahl passt. Aber es gibt eine grobe Orientierung, also 600 Millionen Marktkapitalisierung. Und wenn man das mal vergleicht zum Beispiel mit Phantom. Phantom ist hier auf Rang 50 bei CoinGecko. Also sehr, sehr viel weiter oben. Phantom ist ja auch eine Ethereum-kompatible Blockchain, die quasi mit der man also auch DeFi machen kann, wo man Metamask benutzt, genau wie bei Ethereum selber. Hier sind auch die Transaktionsgebühren sehr viel niedriger als bei Ethereum. Die Geschwindigkeit in der Transaktion verarbeitet werden, ist sehr viel höher als bei Ethereum. Das Ganze ist also quasi ein Magnet für DeFi-Projekte. Und genauso versteht sich Moonriver eben auch. Vergleichbare Konkurrenz also. Marktkapitalisierung insgesamt 3,3 Milliarden. Also ungefähr fünfmal mehr als bei Moonriver. Und schauen wir einfach nochmal bei Polygon. Polygon haben wir in den letzten Wochen sehr viel mehr bearbeitet in diesem Kanal als zum Beispiel Phantom oder Avalanche. Einfach weil das jetzt eine Blockchain war, die im Mai losging, wo auch dieser Kanal hier, wo ich auch darüber berichtet habe. Und das ist also jetzt ein, wir reden hier über eine Marktkapitalisierung von 8 Milliarden Dollar. Davon ist Moonriver noch ganz weit entfernt. Ich sehe aber Potenzial bei Moonriver, weil ganz klar Moonriver läuft auf Polkadot, also eigentlich auf Kusama. Kusama ist ein Experimentier-Netzwerk von Polkadot. Da werden Sachen, Konzepte ausprobiert, die dann später auf Polkadot laufen sollen. Das heißt also, man hat eine, also Polkadot hat eine sehr große Fangemeinde. Und ich nehme einfach mal an, dass einiges aus der Polkadot-Fangemeinde in Moonriver reinschwappen wird. Und da wird also eine Menge Zugkraft entstehen, die dieses Projekt wesentlich weiter nach oben katapultiert. Man sieht hier irgendwie also das Potenzial. Nehmen wir mal einfach an, Moonriver würde irgendwann so in der Region von Phantom landen. Also bei sagen wir mal 3 Milliarden Dollar, dann würde sich also die Marktkapitalisierung verfünffachen. Und das bedeutet dann also auch, damit aus dieser Marktkapitalisierung diese Marktkapitalisierung wird, muss sich also diese Zahl hier versechsfachen. Und wie kann sich diese Zahl versechsfachen? Am einfachsten geht das, indem dieser Preis sich versechsfacht. Denn dann haben wir die Anzahl der im Umlauf befindlichen Tokens mal 315 Dollar mal sechs. Und dann kommen wir eben auf drei Milliarden. Und das wäre also dann, das lassen wir uns nochmal schnell rechnen. Das sind dann also 315 mal sechs. Sowas kann ich tatsächlich nicht im Kopf rechnen, wenn ich ein Video aufnehme, weil ich mit dem Video zu sehr beschäftigt bin. Also wir haben irgendwie 1890 Dollar ist ein mögliches Kurspotenzial für Moonriver. Der Token würde sich also dann versechsfachen, was wirklich schon eine ganze Menge ist. Und das ist meiner Meinung nach sogar noch etwas vorsichtig geschätzt. Es gibt aber natürlich auch noch einen kleinen Haken oder nicht nur einen, es gibt mehrere Haken. Aber der für mich wesentliche bei Moonriver ist, dass Moonriver ja nur auf Kusama läuft. Und Kusama ist ja quasi das Schwesternetzwerk von Polkadot. Und hier werden ja quasi experimentelle Konzepte ausprobiert, die dann später auf Polkadot wirklich laufen sollen. Und das bedeutet, dass also auch Moonriver ein Parallelprojekt hat. Das heißt Moonbeam, das noch gar nicht gestartet ist, weil ja auch Polkadot noch nicht so weit ist. Und Moonbeam wird dann also irgendwann auf Polkadot gelauncht. Und es ist natürlich die Frage, was passiert, wie das also insgesamt wahrgenommen wird. Ob man so sagt, ja Kusama ist irgendwie so ein bisschen Nebensache, nebenläufig oder so. Und die Hauptsache, die Musik spielt jetzt irgendwie bei Polkadot. Und wenn das der Fall ist, dann würden natürlich auch viele Projekte von Moonriver nach Moonbeam rüber wechseln. Dann wäre, also Moonriver würde dann quasi so einen kleinen Exodus erleben. Und das kann natürlich nicht gut sein für den Preis des Tokens. Insofern, also gibt es da auch ein Risiko. Und dann wieder auf der anderen Seite, wenn wir in Moonriver drin sind und jetzt uns mit diesen Projekten beschäftigen und auch schon die Coins akkumulieren und die wandern dann rüber, irgendwann nach Moonbeam, dann wandern ja unsere Coins, die wir jetzt akkumuliert haben, mit rüber nach Moonbeam, sodass es also definitiv nicht schaden kann, jetzt hier schon mal einzusteigen. So, was habe ich jetzt vor in diesem Video? In diesem Video möchte ich zunächst mal zurückblicken auf den Crowdloan von Moonriver, der ja schon gelaufen ist. Das Ganze ist schon vorbei. Da ging es letztlich darum, dass man Moonriver Tokens kaufen konnte, wenn man dem Projekt ein Darlehen in Form von Kusama Tokens gegeben hat und hatte damit also eine Art Vorkaufsrecht auf die Mover Tokens. Da habe ich mitgemacht. Das Ganze war sehr erfolgreich und ich möchte das gerne zeigen, denn das wird ja irgendwann demnächst sich wiederholen und zwar auf Polkadot mit den Moonbeam Tokens. Auch da wird es, soweit ich informiert bin, auch eine Crowdloan Kampagne geben. Das heißt, man kann also da seine Polkadot Tokens dem Projekt leihen für ein Jahr und bekommt dann im Gegenzug Moonbeam Tokens, mit denen man dann auf dem Moonbeam Netzwerk arbeiten kann. Weil sich das Ganze bei Moonriver sehr gelohnt hat, möchte ich einfach mal kurz zeigen, wo da das Potenzial liegt. Dann geht es darum, dass ich zurzeit bei allen IDOs mitmache, die irgendwie auf Moonswap laufen. Moonswap ist eine Plattform auf Moonriver, einer der ersten. Und die bringen jetzt die ganze Zeit neue Tokens raus von neuen Projekten, die dann irgendwann auf Moonriver starten. Da haben jetzt zwei IDOs stattgefunden. Ich rechne damit, dass da sehr schnell Schlag auf Schlag noch mehrere IDOs kommen. Bei all den IDOs werde ich mitmachen, denn das ist die Gelegenheit, richtig früh in alle möglichen Projekte einzusteigen. Okay, wenn da jetzt irgend so ein Bullshit-Projekt dabei ist, dann würde ich da nicht mitmachen. Aber zurzeit haben zwei IDOs stattgefunden, die beiden waren eigentlich recht spannend. Das zeige ich, wie das Ganze geht. Dann möchte ich hier ein paar Tools für Moonriver kurz vorstellen, weil es gibt ja noch nicht viel, was man so auf Moonriver verwenden kann, um irgendwie einen Überblick zu behalten und so weiter. Aber eigentlich sind ein paar Tools auch ein bisschen übertrieben. Ich zeige eigentlich nur zwei. Dann geht es noch um das Liquidity-Mining auf Niko.io, das jetzt gerade losgegangen ist. Niko.io ist ein Money Market. Das heißt, man kann da also so ähnlich wie bei Aave oder bei Venus quasi Geld einlegen und sich dafür dann nicht Geld, sondern Tokens einlegen, sich dafür dann andere Tokens leihen. Und das ist ja eine wichtige Komponente von einer DeFi-Plattform wie zum Beispiel Moonriver, dass es auch einen Money Market gibt. Eine Landing-Plattform habe ich das früher genannt. Das ist das, worum es jetzt in diesem Video gehen soll. Es ist super spannend, sich mal anzuschauen, was eigentlich bei Moonriver Crowdloan abgelaufen ist. Jetzt steht hier Beispiel Kusama Crowdloans. Das liegt daran, dass dieses Schaubild, das ich jetzt hier gleich zeige, aus einem anderen Video stammt, das ich dann nächste Woche veröffentlichen werde. Und es geht aber hier in Wirklichkeit um Moonriver, um den Moonriver Crowdloan. Und ganz grob, was war der Moonriver Crowdloan? Kusama, das ist eine Blockchain, die quasi ein Netzwerk für viele andere Blockchains darstellt. Also Kusama ist ein Netzwerk aus Blockchains. Und damit Blockchains sich an das Kusama-Netzwerk andocken können, müssen sie einen sogenannten Parachain-Slot erwerben. Ein Slot ist quasi in dem Fall ein Platz auf der Blockchain von Kusama. Und Moonriver hat sich für einen solchen Parachain-Slot beworben, damit es also quasi im Kusama-Blockchain-Netzwerk mitmachen kann, musste sich da in einer Auktion gegen andere Projekte durchsetzen. Und das ist bei Moonriver gelungen, nicht als erstes Projekt. Das erste Projekt, das gewonnen hat, war Karura. Und Moonriver war, glaube ich, das zweite Projekt, das dann als eine Parachain, ein Parachain-Slot ergattern konnte. Und das Ganze ist gelungen dadurch, dass man quasi von der Community ein Darlehen aufgenommen hat. Und dieses Darlehen lautete in Kusama-Tokens. Das heißt also, man musste, wenn man mitmachen wollte, dem Moonriver-Netzwerk, dem Moonriver-Projekt, Kusama-Tokens leihen und hat dann dafür als Versprechen bekommen, dass man Moonriver-Tokens erhält, wenn Moonriver live geht. Und das Ganze hat tatsächlich auch geklappt. Und im Juni 2021 war diese Crowdloan-Kampagne und in dieser Kampagne, da war der Kusama-Token, der hatte einen Kurs von 380 Dollar und ich habe jetzt mal 5000 Dollar investiert, habe also Kusama-Tokens gekauft für 5000 Dollar. Das sind ungefähr 13, die Zahlen sind hier alle total gerundet. Also bitte nicht mit dem Taschenrechner nachrechnen. Und das heißt also, diese 13 Kusama-Tokens habe ich geliehen an Moonriver und dafür habe ich dann jetzt vor einigen Wochen 57 Mover-Tokens erhalten. Und das liegt daran, also das Besondere daran ist oder besonders erwähnenswert daran ist, das ist nur ungefähr ein Drittel der Tokens, die ich wirklich bekomme, denn der Rest ist über die nächsten Monate gewestet. Das heißt also, ich kann die jetzt schrittweise in den nächsten Monaten abholen. Ich habe also in Wirklichkeit nicht 57 bekommen, sondern etwas über 150 Tokens und aber nur 57 davon kann ich jetzt zurzeit verwenden. Das ergibt dann, weil der Kurs im September 2021, das Video habe ich hier vor, dieses Schaubild ist jetzt ein paar Tage alt, da war der Mover-Token, lag da bei einem Kurs von 318 Dollar. Ich glaube, der ist heute bei 315, also hat sich nicht wesentlich geändert. Ein Mover-Token 318 Dollar, das bedeutet also, die 57 Mover-Tokens sind ungefähr 18.000 Dollar wert bei einem Invest von 5.000 Dollar. Und jetzt ist auch total wichtig noch zu verstehen, dass die 5.000 Dollar ja nur ein Darlehen waren. Dieses Darlehen ist an Moonriver gewährt, habe ich an Moonriver gewährt für ein Jahr, also man musste seine Tokens für ein Jahr an Moonriver verleihen und bekommt die auch bis dahin nicht zurück. Aber in einem Jahr bekommt man die dann automatisch wieder, das ist auch durch ein Smart-Contract geregelt. Also es ist jetzt nicht so, dass sie irgendwie mit dem Geld abhauen können, das ist wirklich irgendwie festgelegt und das kommt zurück. Aber natürlich weiß kein Mensch, wie der Kurs von Kusama in einem Jahr ist. Kann sein, dass ich 5.000 investiert habe und dann an dem Punkt nur noch 1.000 zurückkriege. Kann auch sein, dass der Moonriver-Token bis dahin abschmiert und so weiter und so weiter. Also das Ganze jetzt zur Zeit, Oktober 2021, sieht schon mal richtig gut aus, denn aus 5.000 Dollar Darlehen sind 18.000 Dollar Return of Invest geworden. Allerdings sind das auch nur 30 Prozent aller Tokens. Die anderen 70 Prozent der Tokens, die kommen ja noch, aber wer weiß, wie dann der Moonriver-Token steht. Also man kann jetzt einfach mal sagen, also Investment verdreifacht im Worst Case, wenn man jetzt sofort verkaufen würde. Dann ist ja Moonriver jetzt live und ein Projekt, das auf Moonriver läuft, das ist Moonswap. Und auf Moonswap laufen zur Zeit IDOs, das sind also Initial Dex Offerings heißt das. Das sind quasi, da werden quasi neue Projekte gelauncht, neue Tokens gelauncht. Da kann man sich also ein Vorkaufsrecht auf diese Tokens erwerben. Unter anderem war das River Tools und Saturn Beam. River Tools ist quasi eine, ist so eine Webseite, wo man quasi so Auswertungen machen kann über die Blockchain und so weiter. Und die bringen eigenen Token raus, mit denen man dann die Dienstleistung bezahlen kann. Weiß ich nicht, also das Potenzial sich jetzt nicht als besonders riesig an. Aber ich habe einfach, ich mache da jetzt einfach überall mit, weil alles, was neu startet. Und es gibt kaum User, die Blockchain ist noch ganz am Anfang, dass also River Tools jetzt noch, dass der Preis vom Token irgendwie noch relativ gering ist im Vergleich zu später. Das steht für mich eigentlich fest. Saturn Beam ist eine Art Yield Aggregator, mit dem man also quasi Yield Farming automatisieren kann, so wie Autofarm, wie Beefy und so weiter. Das startet jetzt gerade auf Moon River und auch diesen IDO habe ich mitgemacht. Ich nehme ja jetzt einfach das Geld, das ich investiert habe. Nee, ich nehme das Geld, was ich zurückbekommen habe aus meinem Invest, meinen Gewinn. Das heißt also, ich habe ein bisschen Spielgeld, denn der Gewinn ist ja jetzt, wenn der weg ist, ist ja einfach nur weniger Gewinn und kein Verlust. Zusätzlich dazu, das finde ich an sich schon mal total spannend, zusätzlich dazu hat es aber jetzt vor ein paar Wochen, ich glaube vor drei Wochen war es, eine Art Crowdfunding Kampagne gegeben für Moon Beam, schon mal vorab vor den Crowd Loans. Und da wurde der Token, da wurde das Vorkaufsrecht auf den Glimmer Token, das ist der Token für Moon Beam, wurde da quasi angeboten. Man konnte da mitmachen, aber nur, wenn man am Crowd Loan von Moon River mitgemacht hat. Das heißt also, wenn man jetzt irgendwie da überhaupt gar nicht mitgemacht hat, dann hatte man auch keine Chance oder nur eine geringe Chance, hier bei diesem Vorkaufsevent mitzumachen. Dieses Vorkaufsevent hieß, glaube ich, Take Flight. Auch da habe ich mitgemacht und da konnte man 10.000 Glimmer Tokens für 2.500 US-Dollar kaufen. Zum Beispiel USDC konnte man dafür nehmen und es gab, glaube ich, drei Runden und durch das Invest hier war ich berechtigt, an den ersten zwei Runden teilzunehmen und habe also jetzt nochmal für 5.000 Dollar insgesamt 20.000 Glimmer Tokens gekauft. Kein Mensch weiß, was eigentlich mit diesen Glimmer Tokens sein wird. Klar, also es wäre natürlich der totale Wahnsinn, wenn der Glimmer Token irgendwo im Bereich vom Moon River Token notieren würde. Also bei 300 Dollar, totaler Wahnsinn, nicht vorstellbar, ist aber absolut auch aus meiner Sicht völlig ausgeschlossen, weil, nee, also kann ich mir nicht vorstellen, was das auch mit der Marktkapitalisierung machen würde und so. Das halte ich für extrem unwahrscheinlich, aber man wird ja mal ein bisschen träumen dürfen. Aber dass dieser Glimmer Token jetzt richtig so für einen Cent oder so über die Theke gehen wird, das glaube ich eigentlich auch nicht. Deshalb, also das Ganze ist ja jetzt auch ein Vorkaufsrecht. Also ich habe tatsächlich nochmal 5.000 Dollar investiert. Das Gesamtinvest liegt also jetzt bei 10.000 Dollar. Return of Invest ist zurzeit 18.000. Und unbekannt, was passieren wird, wenn jetzt irgendwie die ganzen Moon River Tokens rauskommen. Wahrscheinlich wird dieser Tokenpreis eher dampen. Naja, aber es kann auch sein, dass eben neue User kommen, die Utility steigt und das Ganze dann also immer besser wird. So und das ist also das, was man tatsächlich bekommt, wenn man an so einem Crowdloan teilnimmt. Und wenn das Ganze später auf Polkadot losgeht, dann werde ich auf jeden Fall wieder am Start sein und das Ganze dann durchziehen. Ich hatte ja damals beim Kusama Crowdloan auch einen Livestream gemacht und vielleicht mache ich das dieses Mal auch wieder, wenn das kommt. Wann das Ganze kommt, ist relativ unbekannt. Schauen wir einfach mal, was draus wird. Auf Moon River gibt es aktuell zwei Decentralized Exchanges, zwei große. Und zwar ist das einmal Moonswap und das andere ist Solar Beam. Auf Moonswap finden zur Zeit immer mal wieder IDOs statt. Das heißt also, es werden neue Tokens rausgebracht von anderen Projekten, die hier verkauft werden. Und die findet man hier unter IDO. Da habe ich mitgemacht bei den beiden IDOs hier, River Tools und Saturn Beam. Saturn Beam ist quasi ein Yield Aggregator, auf Moon River ein neuer. Und wenn man hier bei diesen IDOs mitmachen möchte, dann muss man quasi MSWAP Tokens oder Moon Tokens einlegen, um in einer bestimmten Art und Weise berücksichtigt zu werden bei dem IDO. Und zwar findet ihr das unter dem IDO Guide hier. Hier wird genau erklärt, wie man hier die Einlage macht und so weiter. Das könnt ihr euch ja dann mal anschauen. Hier gibt es quasi, hier ist quasi beschrieben, wer was bekommt beim IDO. Da gibt es vier verschiedene Levels, Tears. Und Tier 1 bekommt 5% von dem Pool, der verteilt wird. Also das heißt, ein neuer Token kommt raus, sagen wir mal 10.000 Stück davon, 10.000 Saturn Beam Tokens. Und von den 10.000 bekommen alle Leute, die in Tier 1 sind, 5%. Das heißt insgesamt, diejenigen, die in Tier 1 sind, bekommen insgesamt 5%. Das wird also aufgeteilt unter diesen Leuten. Die Leute, die in Tier 2 sind, bekommen insgesamt 10%. Tier 3 dann 25% und Tier 4 sind 60%. Wenn man sich das hier so anschaut, dann möchte man natürlich am liebsten eben Tier 4 sein. Insbesondere, weil auch in Tier 4 die Zuteilung der Tokens garantiert ist. Das heißt also, man muss nicht quasi als erster irgendwie da drin sein, sondern wenn man hier einmal quasi in diesem Tier drin ist, dann bekommt man auf jeden Fall auch Tokens beim IDO, auch wenn man irgendwie ein, zwei Stunden später kommt. Und das ist hier bei Tier 1 nicht gegeben. Das ist quasi eine Lotterie. Also das heißt, man geht da rein, macht da mit. Und wenn man Glück hat, kriegt man irgendwie was zugewiesen. Ansonsten nicht. Die Voraussetzungen dafür, in die einzelnen Tiers reinzukommen, bestehen eigentlich darin, dass man bestimmte Tokens staked. Und bei Tier 1 und Tier 2 geht es um den Moon Token. Und bei Tier 3 und Tier 4 geht es um den M-Swap Token. Der Moon Token, das ist der Token, der hier beim Yield Farming auf Moon Swap als Reward verdient werden kann. Hier steht immer Earn Moon, Earn Moon. Hier wird überall, ist quasi der Reward Token der Moon Token. Der Moon Token notiert gerade bei ungefähr 9 Dollar, so zu dem Zeitpunkt, wo ich hier dieses Video mache. Der war jetzt vor ein paar Tagen noch auf 20 Dollar, also der dampft ganz heftig. Das liegt auch daran, dass der Moon Token, abgesehen von den IDOs und dem Yield Farming hier, meines Wissens nicht so besonders viel Utility hat. Der M-Swap Token dagegen, das ist der quasi der Governance Token dieser Plattform. Also wenn man M-Swap Tokens hat, dann kann man hier perspektivisch irgendwann am Voting teilnehmen. Und der M-Swap Token, der hat andere Tokenomics. Das kann man hier nachlesen unter, soweit ich weiß, Analytics. Docks, hier ist erklärt, was der Unterschied zwischen den beiden Tokens ist. Ganz wichtig ist, vom M-Swap Token gibt es einen begrenzten Supply, der ist auf 100.000 begrenzt. 50 davon sind schon raus, die anderen 50 kommen, glaube ich, jetzt bald mal raus. In Zukunft kommen die raus und man hat dagegen den Moon Token. Der hat einen Gesamtsupply von 5 Millionen. Und der wird über das Yield Farming verteilt über die nächsten Wochen. Es ist also beim Moon Token definitiv nicht damit zu rechnen, dass dieser Kurs hier, den wir hier haben, 8 Dollar oder so, dass der sich irgendwie signifikant nach oben weiterentwickelt, sondern im Gegenteil, es wird immer weiter runtergehen, bis schließlich alle Moon Tokens auf dem Markt sind. Dann ist dieses ganze Yield Farming Programm zu Ende. Und dann wird wahrscheinlich ein neues kommen mit einem neuen Token und so weiter. Also der Moon Token ist meiner Meinung nach definitiv überhaupt keine gute Investition. Ich lasse da die Finger davon. Ich mache hier beim Yield Farming mit und jeden Moon Token, den ich bekomme, den dumpe ich auch sofort wieder und tausche um in M-Swap, beziehungsweise in Stablecoins, je nachdem, weil ich den M-Swap für wesentlich stabiler halte. Und man braucht eben hier 50 M-Swaps, die man hier im IDO-Locker festlegt, um hier dann in diese, in den Tier 4 zu kommen, um hier mitzumachen. Den M-Swap, den kann man hier ganz normal im Dex kaufen. Zum Beispiel, indem ich den hier gegen, was weiß ich, für Dai oder so kaufe. Und ein M-Swap hat zurzeit einen Kurs von 134 Dollar. Der war auch letzte Woche mal bei 270, 280 Dollar. Der dumpt also zurzeit auch. Aber beim M-Swap habe ich den Eindruck, dass er auf jeden Fall eher einen Boden finden wird als der Moon Token. Aber auch der M-Swap Token ist eigentlich im Moment keine gute Investition. Es ist damit zu rechnen, dass er weiter dumpt. Deshalb, auch wenn man jetzt 50 M-Swaps kauft, die sind jetzt 6.000 Dollar wert, 6.400 Dollar. Und es ist damit zu rechnen, dass die 50, die man kauft, in ein paar Wochen nur noch 1.000 Dollar wert sind und so weiter. Das heißt also, man muss im Grunde den Verlust, den man hier macht, dadurch, dass man an IDOs teilnimmt, den muss man verrechnen, aufrechnen auf den Kaufpreis der Tokens, die man beim IDO kauft. Damit hat man dann seinen Frieden mit dem Verlust, den man hier macht. Insgesamt wird sich das Ganze meiner Meinung nach wahrscheinlich ziemlich rechnen. Denn wir sind ja mit den IDOs hier sehr, sehr früh. Irgendwann wird Moonriver auch mehr User haben. Und dann werden natürlich diese Tokens irgendwie gebraucht werden und vielleicht im Kurs steigen. Das ist zumindest die Idee dahinter. Deshalb, ich mache zurzeit bei jedem einzelnen IDO, der hier angeboten wird, mit. Und dafür verwende ich die Moonriver-Tokens, die ich im Crowdloan bekommen habe. Leider unterstützt die Bank ja noch nicht Moonriver. Und das heißt, ich habe hier erstmal keinen Portfolio-Tracker, der mir zeigt, wo ich welche Einlage gemacht habe und wie viel die jetzt wert ist und so weiter. Ich habe in den letzten Tagen diverse Portfolio-Tracker mir angeschaut und noch keinen einzigen gefunden, der das kann. Der also Moonriver schon unterstützt. Sicherlich wird das in den nächsten Monaten irgendwie nachkommen. Bis dahin kann ich mir ein kleines bisschen behelfen. Zum Beispiel mit Mooncafé. Mooncafé ist auch so eine Yield-Farming-Plattform auf Moonriver. Und ich bin definitiv ganz weit davon entfernt, hier zu investieren. Denn das Ganze ist relativ simpel aufgemacht. Das ist der übliche Sushi-Swap-Klon. Ich rechne eigentlich nicht damit, dass das hier besonders viel Potenzial hat. Kann aber auch sein, dass ich mich vertue. Man muss das eben einfach beobachten. Aber im jetzigen Stadium investiere ich hier definitiv nichts. Aber es gibt hier einen Portfolio-Tracker, der wenigstens grob einem eine Chance gibt, sich sein Portfolio auf Moonriver anzuschauen. Wobei auch hier nicht alle Plattformen unterstützt werden. Solar Beam und Moonfarm werden unterstützt. Und der Rest, soweit ich weiß, noch nicht. Aber immerhin, es gibt schon mal ein bisschen was, wo man gucken kann. Dot Market Cap ist eine ganz interessante Plattform, wenn es um das Polkadot-Ökosystem allgemein geht. Hier gibt es zum Beispiel die Informationen über die Parachain-Auctions, die zurzeit laufen auf Kusama. Sicherlich werden hier auch Informationen zu finden sein über die Parachain-Auctions, die dann irgendwann, die Crowdloans, die dann irgendwann auf Polkadot losgehen. Das ist aber noch nicht soweit. Gibt es so einiges noch an anderen Tools, Events und so weiter. Hier gibt es auch einen kleinen Portfolio-Tracker. Meins Wissens taugt der aber auch nicht allzu viel. Und was aber ganz spannend ist, das ist hier unter Projects. Da gibt es eben die Möglichkeit, sich neue Projekte anzuschauen. Zum Beispiel unter Tradable sind die Projekte, die jetzt schon gestartet sind. Und hier unter Moonriver Echo kann ich mir also die Projekte, die jetzt auf Moonriver laufen, schon mal anschauen. Und unter anderem ist dabei auch Neku Finance, Neku.io. Und darauf gehe ich jetzt als nächstes ein. Neku Finance findet man unter Neku.io. Das ist ein Money Market, soweit ich weiß, auch der erste Money Market auf Moonriver. Und was ist ein Money Market? Bei einem Money Market kann ich Assets einlegen und die dann als Sicherheit verwenden für ein Darlehen, das ich hier nehmen kann. Und zwar könnte ich zum Beispiel Moonriver Tokens, die ich aus dem Crowdloan habe, hier einlegen, dann als Sicherheit verwenden und mir zum Beispiel Ether zu leihen. Warum sollte ich das tun? Weil wenn irgendwo in einer Yield Farm Ether besonders hohe APR hat und Mover nicht, dann kann ich meine Mover Tokens behalten. Ich muss die nicht verkaufen und umwechseln in Ether, sondern ich kann hier einfach einlegen und mir dann entsprechend die Ether ausleihen, die ich dann in die Yield Farm einlege und damit dann eben eine bestimmte Rewards ernten. Das kann man hiermit machen. Ist also auch eine absolut wesentliche Komponente einer DeFi Blockchain. Und bei Moonriver gibt es jetzt eben einen solchen Money Market. Dieses Projekt NECO Finance befindet sich zurzeit in einer Liquidity-Mining-Phase. Das heißt, diese ganze Funktionalität hier ist noch nicht hundertprozentig vorhanden. Sieht man auch daran, dass wenn ich hier Tokens einlege, dass ich noch gar keine APY kriege, dass ich noch gar keine Zinsen bekomme für das Darlehen, das ich hier gebe. Wenn ich mir etwas ausleihe, muss ich aber dagegen tatsächlich auch Zinsen zahlen. Allerdings sieht man hier auch, dass deshalb noch nicht so wesentlich viel hier ausgeliehen wurde. Also hier 3000 BUSD, 140 glaube ich ist das, USDC und so weiter. Also es ist wirklich nicht viel. Hier läuft noch nicht richtig viel. Aber der NECO-Token, der wird gerade gelauncht und verteilt. Und das läuft über das Yield Farming. Das findet sich hier in diesem Menü hier oben rechts unter Farm. Und bei Farm kann ich jetzt also mit relativ spannenden APY zum Beispiel hier auf Bitcoin oder auf den NECO 1300% APY kann ich also NECO-Tokens farmen. Und dafür brauche ich zum einen hier LP-Tokens. Das ist eine Möglichkeit, natürlich die allerhöchsten APY. Das Ganze ist aber mega riskant, weil ich muss da in einen Liquiditätspool einzahlen, auf Solarbeam, eine Kombination aus NECO und USDC. Der Kurs vom NECO wird wahrscheinlich tendenziell eher sinken, weil ja jetzt immer mehr Tokens durch das Yield Farming auf den Markt kommen. Das bedeutet, wenn ich also eine Kombination aus NECO und Dollar, USDC einlege, dann muss ich damit rechnen, dass mein Dollarbestand immer kleiner wird, mein NECO-Bestand immer größer. Gleichzeitig sinkt aber der Wert der gesamten Einlage. Deshalb die hohe APA, um das Ganze zu kompensieren. Aber ob sich das Ganze rechnet, ist mehr als fraglich. Insofern würde ich von diesen Yield Farms hier eher abraten. Naja, wer weiß, vielleicht aber doch. Man muss den Verlust dann vielleicht einrechnen, weil man bekommt auf dem Wege natürlich sehr viele NECO-Tokens. Und eine andere Alternative ist, dass man Einzelassets einlegt. Und da gibt es hier immer diese 7-NUSDC, 7-N sieht man hier immer wieder, 7-NBUSDC, 7-NDAI. Und das Ganze funktioniert so, dass man zunächst eine Einlage bei NECO machen muss. Hier über das Landing. Wenn ich also zum Beispiel meine Ether hier verwenden möchte, dann lege ich die hier ein. Über Supply kann ich meine Ether hier einlegen. Und dann leihe ich mir nichts dafür, sondern ich lasse das so. Ich lasse die hier liegen, auch wenn ich hier 0% Zinsen bekomme. Ich lasse die hier einfach drin liegen. Gehe dann rüber zum Yield Farming. Und suche den 7-N Ether Pool, der ist hier. Und stake dann die Ether, die ich eben eingelegt habe, in diesem Pool. Kann ich jetzt nicht, weil ich habe ja keine Ether eingelegt. Und das 7-N bedeutet, dass also jetzt meine Einlage für sieben Tage hier in diesem Pool festlegt. Ich komme also sieben Tage lang nicht an meine Ether ran. Dafür bekomme ich jetzt eine APA von 30% auf meine Ether in Form von NECO-Tokens. Ich habe hier vor ein paar Tagen einen Ether eingelegt, habe 17 NECO-Tokens hier gefarmt. Und meine Ether liegen hier noch 141 Stunden in diesem Pool fest. Insofern ist es auch nicht so wirklich empfehlenswert, hier NECO-Tokens selber zu staken, weil wenn man hier einmal sieben Tage drin steckt in diesem Pool, kann man quasi sieben Tage lang zuschauen, wie diese Einlage im Wert verfällt. Man kann zwar immer weiter NECO-Tokens ernten, sammelt dadurch eine ganze Menge an, aber eventuell ist es dann doch tatsächlich günstiger, einfach sieben Tage zu warten und sich dann eine entsprechende Menge an NECO-Tokens irgendwo zu kaufen. Ist natürlich auch eine Alternative. Aber wenn es jetzt darum geht, quasi die NECO-Tokens umsonst zu bekommen, dann würde ich empfehlen, eine Stablecoin-Einlage zu machen. Bei den Stablecoins ist die APR nicht allzu hoch, genau wie beim Ether, weil die Einlage ja relativ sicher ist. Dafür muss man dann also eine größere Menge, ein größeres Kapital einlegen. Das Ganze ist aber auf jeden Fall dann sicher, im Sinne von, dass es kursstabil ist. Aber ob die Einlage sicher ist, im Sinne von Ruckpuls, Betrug oder sonst irgendwas, das ist damit natürlich nicht geklärt. Das Ganze ist hoch riskant. Es ist ein neues Projekt. Es ist absolut nicht etabliert. Es ist kaum etwas bekannt über dieses Projekt. Und klar, es gibt eine Doku und so. Man kann sich hier schlau machen. Aber nichts garantiert einem, dass das, was man hier einlegt, auch wirklich irgendwann wieder rauskommt. Insofern ist Vorsicht geboten. Nicht zu viel investieren. Ich habe das hier mit einem Ether irgendwie für mich gefühlt schon irgendwie auf die Spitze getrieben. Denn meine Ether sind für mich irgendwie wertvoll. Die haben ein Riesenpotenzial für die Zukunft gefühlt. Während hier so ein Neku-Finance muss ich hier erstmal irgendwie behaupten. Insofern vertraue ich jetzt den einen Ether von meinen Ether-Beständen an. Ist okay. Mache ich jetzt. Aber es ist natürlich schon auch ein bisschen damit zu rechnen. Man muss ein bisschen damit rechnen, dass die Einlage, die man hier macht, in irgendeiner Form weg ist. Und deshalb also besser langsam vorgehen. Es ist alles noch ganz früh. Wir stehen noch ganz am Anfang. Und das Ganze kann sich noch entwickeln. Es ist niemals gut, in irgendetwas richtig früh all in zu gehen. Bewegt euch vorsichtig. Tastet euch vorsichtig vor. Das ist zumindest mein Tipp von meiner Seite. Jetzt wünsche ich euch erstmal viel Erfolg. Beim Moonriver Ökosystem. Ich hoffe, ihr habt genauso Spaß daran, wie ich, in so ein Ökosystem früh einzusteigen. Und dann sage ich einfach mal viel Glück. Happy Farming. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.